Ich brauche einen Mann, der nahe dran ist und einen kühlen Kopf behält. Dieser Mann sind Sie. Ich habe ihn nie richtig gemocht. Die Genossen in Berlin sind der Meinung, dass du deinen Auftrag erfüllt hast. Mehr als die Genossen in Berlin sind der Meinung, dass du deinen Auftrag erfüllt hast. Mehr als das. Du wirst mir fehlen, Binnie. Kontakt hergestellt. Nicht hier. Dr. Nägel oder Müllerer? Der oder nicht der. Das ist hier die Frage. Wer dahinter steckt, konnte ich nicht feststellen aber. Der gleiche Rechtsanwalt vertritt die Interessen von SS Krakenburg.